Herzlich Willkommen zur Deutschen BMX Freestyle Meisterschaft in Duisburg. Viel Spaß! Ohhhh... Ohhhh.... Eh? Ah! Ohhhh... Das war ein Hecklassig, Alter. Untertitelung des ZDF, 2020 Schillig! Jo! Ach so! Du musst dir jetzt nicht mehr machen, dass ich fahren soll. Das sind die geilen Notebook. Klingt gut aus. Das sind die geilen Notebook. Da wirst du ganz verunsichert, ne? Ja. 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 Da hat er einen schönen Rahmen weggegeben. Den da hinten ist sein Mann. Sein Bizeps ist größer als meine Zukunft, muss man so sagen. Und jetzt ist er eigentlich das Ausweichen. Schick, Alter. Stabil, Alter. Stabil. Rolls Royce am Leben, oder was? Ich wollte gerade vier Leute fahren. Wer ist abtierender Deutscher Meister? Daniel Tunze. Er wollte eigentlich kommen, aber er hat ein Tennisturnier. Der Mann hat einen Jersey an, der hat das zu können. Ja, die, die Bank2Bank gesetzt hat. Der Mann hat eine Maschine, Digga. Ich habe leider nicht gesehen, dass er... nicht so viel bewegen. Lass dich, Algeret, nicht so viel bewegen. Habe ich nicht. Huuu. Bam, bam. Was willst du? Ich will noch ein Bild mit dir machen. Ja, okay. Ich komm, warte. Jaaa. Guck mal, Alter. Alter, das war geil. Das war cool, ey. Zwei Kameras, ey. Jaaa. 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 Du bist voll so leer. Jaaa. 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 Kannst du, Jim? Musst du doch eigentlich immer ein bisschen schlechter... Aber viel, Junge! Was war das denn? Professionals! Ja genau, das ist es! Der kickt ganz komisch, Junge! Nächster ist es, meine Freunde! Ah, Feck! Wir dei bei MixTV! Deutsche Meisterschaft 2023! Eh, hier im Landschaftspark Duisburg. Kommt alle vorbei! Freitag, Samstag, Sonntag! Wir zählen da drüben! Da! Das wird ein Fest. Jubel!